UNTERTITELUNG 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 Meine sieben Forderungen sind sozusagen, dass sie ein klares Commitment haben zur Energiewende, sprich zum Ausstieg aus den fossilen Energien, aus allen fossilen Energien, bis 2035 spätestens, damit wir dann endlich aufhören Kriege zu finanzieren, Konflikte zu finanzieren, weil das ist total ungerecht. UNTERTITELUNG 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 Mich stört an der G7 oder an der Politik der G7, dass es viele Lippenbekenntnisse gibt für Menschenrechte, für Umweltschutz und viel zu wenig passiert, dass man immer nach großen Lösungen sucht und die dann letztlich nicht angeht und über kleine gar nicht nachdenkt, über dezentrale Lösungen. Untertitelung des ZDF, 2020